Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. Wenn du keines mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Nur ein Tier Der arme, treue Marco musste heute daran glauben lernen, dass ein Ferien- und Freudentag der Kinder nicht zugleich auch ein Freudentag für Hunde sei. Als ihm der kleine Georg früh unter Jubel und Lachen die Mitteilung gemacht, Heute ist keine Schule, die Ferien sind losgegangen, verstehst du, alter Kerl? Hat er durch lautes Freudengeheul sein Verständnis und seine frohe Teilnahme an den Tag gelegt. Zugleich lag aber auch etwas Rührendes, flehendes in seinen großen, treuen Hundeaugen, das, in Worten ausgedrückt, ungefähr hieß Diese ängstliche Mahnung hatte der wilde Junge offenbar nicht verstanden. Seine erste Ferienbeschäftigung bestand darin, den alten, geduldigen Freund zu ärgern und schlecht zu behandeln. Schnapp, Marco Manne! Rief er und hielt dem Hund einen in Milch getauchten Frühstücksbissen hin. Sobald das Tier aber zusprang, schlug es Georg mit dem harten, silbernen Löffel auf die Nase. Zehnmal begann das Spiel von Neuem und immer siegte der Gehorsam und vielleicht auch der Hunger des Tieres über sein Misstrauen. Immer wieder sprang es herzu und immer wieder holte Georg seine Neckerei aufs Neue. Da die Zeit heute nicht drängte, durfte Georg lang nach den Eltern und Geschwistern sein Frühstück einnehmen. Und so kam es, dass niemand in der Nähe war, der ihm seine Unart verwies. Sein Gewissen sprach zwar mehr als einmal, Nun ist's gut, aber darauf hatte der Leichtsinn immer gleich die Antwort bereit. Ach was, es ist ja nur ein Tier. Nette Ferien, mochte Marco denken, wenn er überhaupt so klare Gedanken zu fassen vermochte. Wenn das so fortgeht, kann ich mir gratulieren. Er schien wirklich ganz allein Georgs Zeitvertreib zu sein. Along, ins Wohnzimmer, hieß es nach dem Frühstück. Hier hatte Schwester Edith gerade ihre Puppen im Badewändchen gewaschen und schön frisiert. Wanne, Tücher und Bürsten lagen noch auf dem Teppich umher. Das passt gut, alter Zottelbär, rief Georg. Und nun musste, zur Freude des kleinen Brüderchens, das Georgs Witze über allemaßen herrlich fand, der arme Marco sich reiben, rumpeln und schließlich bürsten lassen, bis sich sein Schmerz und Unbehagen endlich in einem leisen Jammergeheul Luft machten. Georg, riefen Edith und Wolfgang, der Älteste der Geschwister erschrocken. Der Knabe war in ein Buch und das kleine Mädchen in eine zärtliche Unterhaltung mit ihrem flachshaarigen Lieblingspüppchen, so sehr vertieft gewesen, dass sie Georgs Unarten bis jetzt nicht weiter beachtet hatten. Marcos Hilferuf aber ging beiden durch und durch. »Sofort lasse den Hund in Ruhe«, gebot Wolfgang mit ernstem Gesicht. »Wie kannst du den guten Kerl so quälen?«, klagte Edith, der gleich die Tränen in die Augen stiegen. Georg schien einen Augenblick wirklich betroffen. Dann aber hielt er Marco, der ihm entfliehen wollte, sofort wieder an einem Büschel seiner lockigen Haare fest und sagte so herzlos wie nur möglich, »Ach was, der fühlt's nicht, der ist ja nur ein Tier.« »Nur ein Tier«, klang da von der geöffneten Tür des Nebenzimmers her, eine erzürnte Stimme. Ein junger Mann, schlank und groß, das dreifarbige Studentenband schräg über die Brust gelegt, stand auf einmal mitten unter den Kindern. »Was meinst du denn damit, nur ein Tier? Höre einmal, Bruder Georg«, sagte er streng und hielt nun das zappelnde Bürschchen ebenso an seinen braunen Locken fest, wie dieses vorhin den Hund an seinen schwarzen. »Meinst du, ein Tier sei nicht ebenso wie du, Gottes Geschöpf? Meinst du, es stehe nicht unter seinem Schutz? Oder am Ende gar, es fühle keine Schmerzen?« Georg wusste offenbar nicht recht, was er antworten sollte. Er wandte sich noch immer unter des Studenten kräftigen Fingern, während der Hund, glücklich über seine Befreiung, sich an den jungen Mann schmiegte und seine herabhängende linke Hand dankbar zu lecken begann. »Ein Tier hat ja keinen Verstand«, wandte Georg endlich halb schmollend, halb verlegen ein. »Wie«, rief der Student, »bist du wirklich so törig, dass du das glauben kannst, während du siehst, wie das arme Tier durch Blicke und Bewegungen eine Dankbarkeit ausdrückt, wie sie kein Mensch rührender auszudrücken vermag?« »Wir wissen freilich nicht, wie weit Verstand und Innenleben der Tiere ausgebildet sind, aber jedenfalls empfinden die armen Geschöpfe jeden Schmerz ebenso heftig wie wir und vielleicht doppelt schwer, da sie nicht ausdrücken können, was sie bewegt. Und dass außerdem noch so manches im Innern dieser Wesen vorgeht, dass sie Angst und Schrecken, Zuneigung und Freude fühlen, ja sogar bessere und feinere Regungen wie Dankbarkeit und Treue kennen. Darüber hat auch längst jeder Zweifel aufgehört. Von der Dankbarkeit eines Hündchens könnte ich dir gleich ein Beispiel erzählen. »Ach bitte, liebster, bester Herrmann, erzähle es uns!« baten die größeren Kinder. Es ist eine ganz rührende Geschichte. Ihr wisst, dass ich ein halbes Jahr lang in Paris war, um die Vorlesungen einiger berühmter Ärzte mit anzuhören. Nun aber habt ihr vielleicht noch nicht gehört, dass wir Studenten den inneren Bau des menschlichen Körpers nur dadurch genau kennenlernen, dass unsere Lehrer allerlei Versuche, die oft schmerzhaft genug sind, vor unseren Augen an lebenden Tieren vornehmen. Natürlich hüten sie sich aufs Äußerste, den Tieren unnötig wehzutun. Aber um die oft so schweren und schmerzhaften Krankheiten der Menschen einst heilen zu können, müssen wir Studenten genau lernen, wie es im Innern der Geschöpfe aussieht. Und so ist es manchmal nicht möglich, dem Tier, an dem irgendein Versuch gemacht wird, Qual und Weh zu ersparen. So hatte einer unserer Lehrer einmal ein kleines braunes Hündchen auf die Probierbank festgeschneit. Wir hatten eben eine Vorlesung über die Tätigkeit des Herzens gehört und nun sollten wir diese an dem kleinen lebenden Geschöpf selbst beobachten. Zu diesem Zweck hatte der Professor an sehr feine, langen Nadeln weiße Papierfähnchen angespießt. Eine solche Nadel sollte dem Hündchen bis ins Herz gestochen werden und an den Drehungen der Fahne sollten wir merken, wie oft das kleine Herz in der Sekunde schlug. Noch sehe ich die verständigen, ängstlichen Augen des armen Tierchens vor mir. Wir alle bebten vor Mitleid, aber es half nichts. Der Versuch musste gemacht werden. Und so setzte der Professor die Nadel an und stach sie dem Tier ins Fleisch. Da schien den Hund eine wahre Verzweiflung zu erfassen. Mit gewaltsamer Anstrengung riss er sich los, zerriss den starken Riemen, mit dem er festgeschnallt war und saß plötzlich mitsamt dem zitternden Todesfähnchen auf der Erde, mitten unter uns, winselte, machte schön und bettelte aufs Rührendste mit dem Pfötchen um Erbarmen. Uns allen waren die Augen feucht. Auch der Professor war tief ergriffen und ihr könnt euch wohl denken, dass er dem herzigen Geschöpfchen das Leben schenkte. Er hat ihm selbst die Wunde gewaschen und geseibt und das Hündchen so weit hergestellt, dass er es als gesundes Tierchen einer entfernt wohnenden Verwandten schenken konnte. Von deren Wohnung aber lief der Hund gleich am ersten Tag zum Hause des Professors zurück. Dieser mochte ihn wegsenden, so oft er wollte. Der kleine Kerl kam immer wieder und so oft der Professor ausging, schloss sich ihm das Tierchen an. Es saß ruhig und bescheiden vor des Professors Tür, so oft er es auch hinwegjagte, und hungerte und fror lieber, als seinen Wohltäter zu verlassen. Endlich nahm es denn dieser in Gnaden für alle Zeit bei sich auf. Wo man den Professor erblickt, sieht man auch den Hund. Durch seine Dankbarkeit und Treue hat das winzige Ding sich die Freundschaft und Liebe des ernsten, klugen Mannes erzwungen. Seht ihr, und es war auch nur ein Tier. So kluge Tiere sind doch aber nur selten, nicht wahr, Herrmann? Fragte Wolfgang nachdenklich, während Edith nicht aufhörte, ihr Bedauern und ihr Entzücken über das Gehörte auszudrücken. Es gibt mehr von der Sorte, entgegnete der Student. Ihr, Freund Koko, unser Papagei, gehört auch nicht zu den Dummen. Es ist wunderbar. Er hat, wie Mutter mir bestimmt versichert, mein Lieblingslied, vom Hohen Olymp herab, das er früher alle Tage wohl zehnmal pfiff, während des ganzen Jahres, da ich nicht daheim war, nicht einmal ertönen lassen. Nun kam ich, wie ihr wisst, vorgestern Nacht völlig unerwartet an und schlich um die Eltern und euch nicht im Schlaf zu stören, auf den Zehenspitzen durch dieses dunkle Zimmer in das meinige hinüber. Kokoskäfig war noch dazu verhangen und doch hat das Tier mich jedenfalls sofort am Schritt erkannt, denn mitten in Nacht und Stille fing der Schlaukopf auf einmal zu pfeifen an. Vom Hohen Olymp herab ward uns die Freude. Eine richtige Begrüßung in liebenswürdigster Form. Was meint ihr? Und trotzdem, es ist nur ein Tier. Ach Hermann, das waren vorhin dumme Worte von mir, gestand Georg. Ich sehe es ein und dann sie. Hermann, ich habe es auch wirklich nicht so schlimm gemeint. Ich wollte nur sagen, einem Tier schadet ein bisschen Neckerei nicht so viel. Ein bisschen Neckerei. Du hast es wohl schlimmer getrieben. Junge, aber ich sehe, du redest dich nur aus, weil du bereust und das Letztere ist schön. Ich sehe es voraus. Du wirst noch einmal ein rechter, treuer Tierfreund werden. Und dann lasse, wenn ich dir raten soll, auch lieber die Neckereien beiseite. Sie laufen nicht immer auf etwas Gutes hinaus. Auch davon wüsste ich ein Geschichtchen. Erzähle bitte, liebster, bester Hermann, erzähle, bettelten die Kinder. Nun denn, ein Äffchen ist der Held dieser Geschichte. Ein kleines, kluges, herziges Ding, das einem gelehrten Herrn von einem reiselustigen Freund einmal aus fernem Land mit heimgebracht worden war. Der stille, abgeschieden lebende Mann fand an dem possierlichen Geschöpfchen unendlich gefallen. Und es kam nicht selten vor, dass er seine Bücher stundenlang im Stich ließ, um mit dem Tier zu scherzen und zu spielen. Einmal fiel ihm, als er über den Jahrmarkt ging, ein drolliger Scherz für seinen kleinen Hausgenossen ein. Er kaufte zwei der bekannten Dosen, aus denen beim Öffnen ein schwarzes Teufelchen hoch in die Höhe springt. Die eine ließ er, wie sie war. Aus der zweiten entfernte er mit ein paar Schnitten seines Taschenmessers den neckischen Inhalt und füllte die leere Dose mit Zuckerplätzchen, wie sie der kleine Affe gern schlägt. Mit Leichtigkeit unterwies er seinen putzigen, klugen Freund, die Dose selbst zu öffnen und sich eins der süßen Dinger herauszunehmen. Wie ihr denken könnt, interessierte sich der Affe für dieses neue Spielzeug ungemein. Sobald er sah, dass es ein Pfleger in die Hand nahm, um es ihm zu bringen, sprang er wie toll vor Freude im Käfig umher und gab durch die drolligsten Bewegungen seine frohe Aufregung zu erkennen. Nun denkt euch, welch entsetzliche Enttäuschung! Eines Tages nämlich drehte das Tür auch den Deckel der Dose auf, die es mit Fruchtzucker gefüllt glaubt, und aus dem Innern springt ihm mit einem knackenden Laut ein schwarzer Teufel mit weit heraushängender roter Zunge entgegen. Der Scherz war offenbar aufs Beste gelungen, denn der Affe schleuderte die Dose weit von sich, und die Äußerungen des Schreckens und der Furcht, die das kleine Tier von sich gab, waren wirklich sehenswert. Der alte Herr lachte herzlich und freute sich im Stillen auf die bedenkliche Mine, mit der sein winziger Freund am nächsten Tag die Dose besehen werde. Trotzdem tat es ihm leid, seinen Liebling den ganzen Tag über sogar traurig und verstört, am ganzen Leibe zitternd in seiner Behausung hocken zu sehen. Mit der Mine eines schüchternen Kindes griff der Affe am anderen Tag zu, als ihm die Dose gereicht wurde. Langsam entschloss er sich nur, sie zu öffnen, aber oh Freude, alles ist in Ordnung. In schönster Pracht leuchten ihm die süßen Bonbons entgegen und wie ein rechter Schelm sucht er sich das Schönste aus. Mit Rührung sah der Herr wie beruhigt und glücklich sein Äffchen war. Das Teufelserlebnis schien ihm offenbar wie ein hässlicher Traum, den er zu vergessen strebte. Ganz arglos und treuherzig griff es denn auch am nächsten Tag nach der Dose. Und nun ward ihm, da dem Besitzer die kleine Neckerei gar zu verlockend erschien, aufs neue jener grausame Schrecken zuteil. Mit einem Knack öffnete sich die Dose und der Teufel springt heraus. Wieder gibt der Affe seine äußerste Verzweiflung kund. Wieder hockt er wie gebrochen im Dunkeln. Wieder drückt sein ganzes Wesen die höchste Spannung und Erwartung aus, als er am nächsten Tage die bedenkliche Dose wieder sieht. Natürlich waren heute die unschuldigen Bonbons an der Reihe und so ging es fort. So wechselten täglich Freude und Qual. Entzücken und Entsetzen. Der kleine Tor liebte offenbar die süßen Leckerbissen zu zärtlich, um der Versuchung, die Dose zu öffnen, widerstehen zu können. Sein ganzes Wesen aber schien in dieser Zeit in äußerster Aufregung. Seine sonstige Harmlosigkeit und Fröhlichkeit waren einer zitternden Unruhe, einer Ängstlichkeit und Schreckhaftigkeit ohne gleichen Gewichen. Sein Körperchen wurde von Tag zu Tag magerer und endlich sah der necklustige Herr ein, dass sein Scherz wirklich zu weit gegangen war. Er beschloss, dem kleinen Freund seine frühere Gemütsruhe wieder zu verschaffen und reichte ihm nun, ohne Ausnahme, die Freudendose zu. Entzückend war zu sehen, wie der arme, kleine Tropf nun auflebte, wie seine alte Heiterkeit wiederkam, wie er sich glücklich an den süßen Spenden labte. Wochen vergingen, das Tierchen war ganz von seiner Schwermut geheilt. Nur ganz selten saß es einen Augenblick in Nachdenken versunken und schien sich der fürchterlichen Vergangenheit zu erinnern. Und da, mitten im Frieden, sollte der böse Feind sich noch einmal zeigen. Der Mann konnte der Versuchung nicht widerstehen, jetzt, wo keine böse Ahnung den Frieden seines Lieblings trübte, noch einmal den alten Scherz zu wagen. Eines Tages suchte er die schon weggeräumte Teufelsdose zu einem letzten Neckversuch hervor, reichte sie dem Affen und... Nun, nun, drängten die Geschwister und tötete das arme Tier. Ja, denkt euch, das Kerlchen öffnete die Dose, fällt um und ist tot. Wie die sofortige Untersuchung ergab, hatte ihn ein Herzschlag getroffen. Der Schreck war jetzt, wo er ganz unerwartet kam, zu groß für das schwache Geschöpf gewesen. Wie sein Besitzer außer sich war, könnt ihr euch denken. Er hatte eben auch gedacht, der Affe sei ja nur ein Tier. Ach, Hermann, das ist doch zu traurig, klagten die Kinder. Am meisten ging die Geschichte dem kleinen Georg zu Herzen. Du hast recht, Hermann, sagte er kleinlaut. Das Necken ist oft das Allerschlimmste. Ach, lieber Bruder, ich glaube, ich könnte es dir jetzt fest versprechen und würde mein Wort gewiss immer halten. Ich will überhaupt kein Tier mehr quälen, nicht im Ernst und nicht im Scherz. Wirklich, fragte der Student mit besonderem Nachdruck. Willst du es wagen, mir dieses Versprechen zu geben? Ein Augenblick des Nachdenkens, wirklicher, aufrichtiger Selbsteinkehr. Dann legte der kleine Junge treuherzig seine Hand in die des Bruders. Ich will. Und ihr, Wolf und Edith. Oh Hermann, ich habe die Tiere immer so lieb gehabt, sagte das Mädchen. Ich auch, und jetzt werde ich mich erst recht hüten, eines zu marten und zu quälen, versicherte Wolfgang. Nun wohl, so kommt einmal mit in mein Zimmer. Gebot der Student. Hier gab er ihnen zunächst eine lange Erklärung. Der junge Mann erzählte den Geschwistern von den Tierschutzvereinen, die sich jetzt allenthalben zum Wohl und Heil der darbenden und gequälten Kreaturen bilden. Da gibt es einen großen deutschen Reichsbund zum Schutze der Tiere, sagte er, der schon Hunderttausende von Mitgliedern zählt. Wollt ihr ihm beitreten? Wollt ihr Bundesmitglieder werden, ihr drei? Wir? fragten die Kinder und sahen einander verlegen lächelnd an. Ja, gerade Kinder sind die Glieder dieses Bundes, der sich bereits über alle Länder der Welt erstreckt. Ist es nicht wundervoll, dass über Land und Meer hinweg eine schöne und gute Idee so viele Kinderherzen verbindet? ist es euch feierlich ernst mit eurem Versprechen, so nehme ich euch jetzt ebenso feierlich ernst in den großen deutschen Reichsbund auf. Fast ängstlich sahen die großen Kinderaugen drein. Drei Geschwister waren von dem festen ehrlichen Entschluss beseelt, alles zu tun und zu halten, was der geliebte Bruder verlangte. Nur nicht schüchtern, es geht euch nicht an die Köpfchen, sagte dieser freundlich. Ich will nur eine schriftliche Erklärung von euch haben. Hier sind drei weiße Papierbogen, hier sind Federn und hier ist Tinte. Nun setzt euch einmal hin und schreibt groß und deutlich, was ich euch diktiere. Ich trete dem Verein bei und verpflichte mich durch meine Unterschrift, niemals in meinem Leben ein Tier, sei es groß oder klein, zu quälen und auch, wo ich kann und wie ich kann, zu verhindern, dass Tiere von anderen gequält werden. Seid ihr fertig? Nun wohl, es ist euch nun herzlich ernst mit eurem Entschluss, so setze jedes seinen Namen als Unterschrift unter das Blatt. Nach einigen Minuten feierlicher Stille reichten die Kleinen dem Studenten die unterschriebenen Zettel hin. So, euer Eintritt in den Bund ist vollzogen, sagte dieser. Ihr könnt mir nun zusehen, wie ich eure Gelöbnisse einsiegle und an den Begründer des Reichsbundes, Herrn Kütmann in Bremen, sende. Gedenkt daran, welcher ernsten Verpflichtung ihr euch unterzogen habt. Ein Wort, ein Mann und ein geschriebenes Wort gilt doppelt und dreifach. Das haben sich die drei neuen Reichsbündler ehrlich gemerkt. Marco war der Erste, dem die Sache zugute kam. Er hat vielleicht über die sanfte und verständige Art, mit der Georg ihn zu behandeln begann, mehr als einmal den Kopf geschüttelt. Noch mehr wunderte sich wohl jener Bauersmann, der seinen armen Karrenpudel neulich mit einer ungebührlichen schweren Äpfelladung durch die Straßen der Stadt trieb, als plötzlich ein schmuckes, helläugiges Bürschchen ihn fest bei der Hand packte und unerschrocken wichtigen Ton sagte, entschuldigen Sie, das Vieh so quälen, das gilt nicht. Ich bitte Sie, machen Sie es gleich dem Hund leichter. Ich habe etwas zu sagen. Ich bin Mitglied des Großen Reichsbundes zum Schutze der Tiere. Dem Bauersmann musste das gewaltig imponieren, denn er stand erst ganz verdutzt und nahm dann flugs den größten Äpfelsack über die Schulter. Das hat Georg, denn kein anderer war der Tierschützer, dem Bruderstudenten natürlich sehr stolz erzählt. Wollt Ihr kleinen Hörer vielleicht auch dem Reichsbund beitreten? Ihr braucht dann nur obige Erklärung abzuschreiben und mit Eurer Namensunterschrift versehen an Herrn G. Hirdes in Bremen zu schicken. Aber heilig ernst muss es Euch mit der Sache sein. Ernst Mein Freund ist ein großer Musiker, der viel herrliche Stücke ausgedacht und wunderschön und rührend die Geige zu spielen weiß. Man sollte es nicht glauben, was für ein wilder, unbändiger Junge er einst gewesen ist. Aber da er mir es selbst erzählt hat, muss es wohl wahr sein. Der lustige kleine Spring ins Feld hieß Ernst, ein Name, der wahrhaftig nicht zu ihm passte. Er war einer armen Witwe Sohn und er und sein Schwesterlein, die kleine Malvina, die das Malvchen genannt wurde, waren die ganze Hoffnung, das ganze Glück, die ganze Erdenlust der bekümmerten Frau. Die Kleine war nun in der Tat ein rechtes Freudenkind, ein wahrer Schatz, so süß und treuherzig wie ihr zartes Gesichtchen, das wirklich einer blaffen rosafarbenen Malvenblüte glich, war ihr ganzes Wesen. Sie half der Mutter schon im Haus, holte Milch und Semmel und wohl auch ein Stück Fleisch zum Mittagessen herbei und nähte mit den kleinen geschickten Fingern die Bänder und Knöpfchen an die Wäschestücke, welche die Mutter auf ihrer surrenden Maschine Tag aus, Tag ein für die Geschäfte nähte. Ernst aber half gar nichts, er brachte nur noch lauter Unordnung und Unheil ins Haus. Die Mutter musste wie ein Polizeileutnant aufpassen, dass er seine Schularbeiten ordentlich aufs Papier und in den Kopf brachte, ehe er mit seinen wilden Kumpanen hinaus huschte in Feld und Wald. Gott weiß wohin. Musste sie mitten in der Arbeit aufstehen und ihre Schere suchen, so konnte sie sicher sein, Ernst hatte sie wegstiebetzt und natürlich nicht wiedergebracht. Richtig hing sie dann wohl an einem Faden zwischen zwei Küchenstühlen, wo er sie hatte aufschlagen lassen, was, wie er dann zur Entschuldigung sagte, auch wirklich wie Glocken geklungen hätte. Wurde Ernst einmal mit irgendeinem Auftrag fortgeschickt, so war es ganz gewiss, dass er mindestens die Hälfte vergaß oder dass ihm unterwegs so merkwürdige Abenteuer passierten, dass er überhaupt nicht wiederkam. Die arme Witwe sorgte sich recht herzlich um den Jungen, umso mehr als derselbe sich selbst trotz aller Vorstellungen und alles Tadels das Herz nicht im Mindesten schwer machte, sondern nach jeder Strafpredigt, die ihn ein paar Minuten lang den Kopf hängen ließ, wie ein rechter Stehauf gleich wieder in die Höhe schnellte, pfüff, lachte und sang und sich vor Lebendigkeit nicht zu helfen wusste. Wenn er erst mal eine Ahnung hat, was aus ihm werden soll, so wird es vielleicht besser, dachte die arme Frau oft mit Seufzen. Sie sprach mit dem Nachbar Buchbinder und bat ihn, er solle doch den Wildfang zu weilen in seine Werkstatt holen, vielleicht bekäme er Geschmack an dem Handwerk und lerne das still sitzen. Aber Ernst fand in dem dumpfen Zimmer nichts fesselnd, als des alten Meisters gelehrigen Starr, dem er alle seine Schelmen Lieder vorpfiff. Im Übrigen sprach er über das schöne Handwerk nichts weiter, als dass der Kleister sehr schlechte Röcher. Nein, Buchbinder wollte er ganz gewiss nicht werden. Und doch lernte er noch bei Zeiten einen Beruf lieben, der ihn alle losen Streiche vergessen ließ. Die Witwe hatte mit den Möbeln, die früher in besseren Zeiten in ihrem Salon gestanden, das größte Zimmer ihrer kleinen Wohnung ausmöbeliert und vermietete dieses, um noch eine bescheidene Einnahme zu haben. Nun wurde der junge Arzt, der es bisher bewohnt, in eine andere Stadt berufen und an seiner Stelle zog, nachdem der gelbe Vermietungszettel ein paar Tage an der Haustür gehangen und die Witwe in rechter Angst nach einem Mieter ausgeschaut hatte, ein alter schweigsamer Herr hinein, unter dessen Gepäckstücken ein riesiges, doppelt gebauchtes Futteral dem kleinen Ernst am meisten nachzudenken gab. Schon am ersten Abend klangen aus dem Zimmer des neuen Hausgenossen, der seine Sachen ganz ohne Hilfe und fast lautlos in Kommoden und Schränken untergebracht hatte, tiefe, wundersame, langgezogene Töne in das Nachbarstübchen hinüber. Ernst, der ungeduldig die heiße Suppe blies, um recht schnell wieder auf die Gasse zu kommen, wo die Kameraden ein von ihm erfundenes Räuberspiel aufführten, legte auf einmal den Löffel ganz weg, faltete die Hände und lauschte, wobei sein wildes Schämengesicht einen beinahe sanften und frommen Ausdruck annahm. Nach dem Essen rückte er sein Stühlchen an die Tür, vergaß Freunde und Räuberspiel und schien jeden Ton der halblauten süßen Musik, die aus des alten Nachbarstzimmer herüberdrang, mit wahrer Begierde in sich aufzunehmen. Auch die Mutter und das Meifchen mochten sich das Holde-Abend-Konzert wohl gefallen lassen und Erstere erklärte den Kindern, als das Spiel verklungen war, dass das Instrument des alten Nachbars ein sogenanntes Cello, eine Art große Geige von ganz besonders schönem und zauberhaftem Klange sei. Ernst wusste am anderen Morgen noch die Hauptmelodie aller drei Stücke, die der Nachbar gespielt hatte, genau aus dem Kopf und er pfiff und sang sie mit seiner frischen Stimme der Mutter und dem Schwesterchen als Extra Genuss noch noch einmal vor. Seit jenen Tagen hatte Ernst einen großen sehnlichen Herzenswunsch. Nichts auf Erden dünkte ihn so schön, als mit dem alten Herrn gut befreundet zu sein, in seinem Zimmer aus- und einzugehen, seinem Spiel zuzusehen und in nächster Nähe zuhören zu dürfen. Zu ihrer großen stillen Freude bemerkte die Mutter, wie der tolle Sausewind die früheren Streiche und Wildheiten vergaß und sich so viel wie möglich im Hause zu tun machte, um womöglich bei irgendeiner Gelegenheit dem alten Mieter unter die Augen zu kommen und einmal von ihm angesprochen zu werden. Die Mutter hätte ihrem wilden Jungen diese Freude selbst recht von Herzen gewünscht, aber der alte Herr schien durchaus nicht Lust zu haben, mehr als guten Tag zu seinen Nachbars Leuten zu sagen. Er war merkwürdig still und verschlossen, traurig fast, saß den ganzen Morgen über seinen Büchern und nachmittags an seinem Schreibpult, empfing niemand und ging zu niemand. Ja, ging überhaupt nicht aus, außer früh in halber Dämmerung um den Wall der kleinen Stadt und mittags in sein Speisehaus, bei welcher Gelegenheit er ernst wohl manchmal auf der Straße oder auf der Treppe traf. Jedes Mal blieb er dann, wenn der Junge sein Mützchen fast bis auf die Erde zog, einen Augenblick stehen und blickte ernst und prüfend in die braunen Schelmen Augen, die wiederum in stummer, heiliger Ehrfurcht an seinem welken, faltigen Antlitz hingen. Irgendein Wort an den Knaben zu richten, fiel ihm nie ein. Man hätte ihn für recht hart und herzlos halten können, wenn man ihn nicht allabendlich so herzergreifend auf seinem alten Instrument hätte spielen hören. Das war jeden Tag aufs Neue, ein unbeschreiblicher Genuss für die Zuhörer im Nachbarstübchen, der größte für Ernst, der bald einen ganzen Schatz von Melodien im Kopf hatte und immer aufs Neue dem herrlichen Cello, das er den Vorsänger nannte, nachsang und pfiff, was er ihm abgelauscht. Nur Samstagabend war es im Zimmer des alten Herrn still, denn Samstagabend war eine ganz besonders wichtige Zeit für ihn, sowohl für sein Instrument. Er selbst war an diesem Abend der Woche nicht zu Haus. In festlicher Tracht, einem langen braunen Leibrock und dunkelblauer Krawatte, in der eine schöne Rosette von Diamanten funkelte, machte er sich dann immer, sobald die Dämmerung eintrat, auf den Weg. Und seltsam, das Cello ging mit, nicht steif und aufrecht zu Fuß, natürlich wie sein Besitzer, sondern auf dem Rücken eines Dienstmannes, der jedes Mal zur bestimmten Stunde bei dem Alten eintraf. Dieser Träger hatte es der Witwe einst beim Öffnen der Tür erzählt, dass der Samstagabend schon seit Jahren der Quartettabend des Herrn sei. Samstag komme er mit zwei anderen Musikern, von denen der eine eine Geige und der andere eine Flöte mitbringe, bei dem alten, lahmen Senator Keller zusammen. Der letztere spiele sehr schön Klavier und alle vier führten dann die herrlichsten Stücke auf, die sie eben mit dem Namen Quartette bezeichneten. Unter diesen Quartetten dachte sich der kleine Ernst etwas über alle Beschreibung Schönes und er konnte sich recht lebhaft vorstellen, wie der alte Nachbar sich immer auf diese Samstagabende freute. Umso verdrießlicher waren dieselben natürlich für ihn. Er hatte sein kleines Herz schon so an die liebe Abendmusik gewöhnt, dass er sie kaum entbehren konnte. So saß er meist an diesen Abenden ganz nachdenklich in einer Ecke oder er gab seiner doch nicht ganz erstorbenen Wildheit wieder einmal nach und trieb sich mit den Schulgefährten lärmend und singend auf den Gassen oder den schmalen Wegen zwischen den Dornhecken der Vorstadt Gärten umher. Wieder solch ein trauriger Samstag, sagte er einst an einem herrlichen Sommer Nachmittag, als er eben den letzten Strich seiner Schulaufgaben beendet hatte. Die Mutter lächelte dazu, aber ihr schmales Gesicht sah trotzdem gar schmerzlich aus. Was wisst ihr Kinder vom traurig sein? seufzte sie. Wenn ich so reden wollte. Sie, heute schaut die Sorge wirklich einmal bei uns zum Fenster herein. Der Diener von Grafensteins sollte heute bestimmt die fertige Wäsche abholen und mir die Zahlung bringen. Ich warte so dringend auf das Geld. Nun kommt er natürlich nicht mehr. Ach, wenn ich doch wüsste, dass du einmal ordentlich auf Meifchen achten könntest. Ich ginge selbst noch hinaus auf Grafensteins Gut und lieferte die Arbeit ab. Ernst konnte herzlich schmeicheln und versprechen. Und so bat er die Mutter jetzt auch gar dringend, ihm doch zu vertrauen. Er werde nicht aus dem Haus gehen und ganz väterlich auf Meifchen achten. Ob ihm die Witwe recht traute, weiß ich nicht. Aber Not kennt oft kein Gebot und so nahm sie nach mehrmaligen guten und herzlichen Ermahnungen das Päckchen auf den Arm und begab sich auf den Weg. Als sie kaum ein Viertelstündchen fort war, begab sich etwas noch nie Dagewesenes. Nach einem sehr leisen höflichen Anklopfen trat der alte Mieter mit dem braunen Gehrock und den Besuchs Brillanten angetan ins Zimmer, fragte erst in seiner kurzen Art nach der Mutter der Kinder und sah, als er hörte, dass diese nicht zu Hause sei, Ernst ein paar Minuten lang mit prüfender Strenge ins Gesicht. Kann man dir einen Auftrag anvertrauen, Junge? fragte er dann. Wirst du etwa in einer Stunde zu Hause sein? Ernst wurde ganz rot vor freudigem Eifer. Er versicherte, dass er den ganzen Nachmittag dableiben und alles, was der Herr nur von ihm wünsche, aufs Beste besorgen werde. Nun, etwas Großes ist's eben nicht, um das ich dich bitte, war die Antwort. Du sollst nur dem Dienstmann, der in einer Stunde wie allwöchentlich klingeln wird, die Tür aufmachen und ihm sagen, er brauche mir das Instrument nicht nachzutragen. Ich werde heute einmal auf einem anderen spielen. Damit er den Weg aber nicht umsonst gemacht hat, soll er wie immer seine fünfzehn Groschen haben. Ich habe sie in Papier gewickelt. Du brauchst ihm nur das Päckchen zu geben. Mit dem freundlichsten Gesicht versprach Ernst alles auszurichten und es ist möglich, dass der schwärmerische glänzende Blick seiner braunen Augen dem alten Herrn doch ungewöhnlich gut gefiel. Denn wieder sah er das Freie, offene Knabengesicht eine ganze Zeit lang stumm an und sagte dann in halb barschen, halb freundlichem Ton Bist du es, Schelm, der mir alle meine Melodien nachsingt und nachpfeift, den lieben langen Tag über? Verlegen und verwirrt senkte der kleine Mann den Kopf. Na, es gibt schlimmere Sünden, sagte der Herr, indem er mit seiner merkwürdigen feinen und weichen Hand dem Knaben unter das Kinn griff und das gesenkte Köpfchen empor hob. Gib nur acht, dass du keine Schlimmeren begehst. Gib acht. Gib acht. Hörst du? Mit dieser seltsamen Warnung verließ er das Nachbarstübchen, nachdem er mit der beringten Rechten noch einmal sanft und freundlich über Malfchens braunes Lockenköpfchen gestreichelt hatte. Die Kinder hörten, wie er draußen Hut und Überrock vom Kleiderhalter nahm und wie seine leisen, bedächtigen Tritte dann auf der Treppe verhalten. Dem Knaben war es zumute, als habe er ein schönes und liebes Geschenk erhalten, da er doch nun einmal seinen stillen verehrten Freund in der Nähe gesehen und mit ihm gesprochen hatte. Er saß seine Zeit lang mit ganz hell leuchtendem Gesicht am Fenster und sah demselben, der bedachtsam die lange Gasse hinab ging, nach. Als der Alte seinen Blicken entschwunden war, fiel es ihm plötzlich ein, dass man von dessen Zimmer aus, das einen weiten Erker Ausbau nach der Straße zu hatte, doch noch ein viel größeres Stück überschauen könne und ohne zu überlegen, lebhaft und unbedacht wie er war, nahm er Meifchen bei der Hand und lief in das unverschlossene Nebenzimmer, das der Fremde bewohnte. Beim ersten Blick in diesen Raum war der Plan, auf die Gasse herab, dem Nachbar nachzuspähen, vergessen. Ernst sah etwas, was ihn sogleich so mit Entzücken und Staunen ergriff, dass er seine lauten Schritte plötzlich dämpfte und samt der Kleinen, die ihm gern alles gleich tat, auf den Zehenspitzen vorwärts schlich. Das Cello stand offen ohne Futeral an die Wand gelehnt. Das war es, dies singende, klingende Ding, das alle Abende so herrlich zu ihnen hinüber getönt hatte. Auf einem Stuhl neben ihm lag der mit schwarzen und weißen Seiten bespannte Bogen. Ohne recht zu wissen, was er tat, hatte Ernst diesen ergriffen und führte ihn mit Zagen zitternden Fingern über die große Geige hin. Ein leiser, seltsamer Laut klang wie eine Mahnung durch das Zimmer. Aber Ernst hörte auf diese nicht. Die Gelegenheit war zu verlockend. Er zog den Bogen hin und her, versuchte ihn oben und unten über die Seiten zu führen und freute sich unbeschreiblich über jeden neuen Ton. Ach Ernst, wenn nur der Herr heimkommt, warnte Meifchen, die der Dreistigkeit des Bruders bisher ganz verblüfft zugesehen hatte. Der kommt nicht, versicherte Ernst ganz getrost, fuhr aber im selben Augenblick wie ein ertappter Sünder zusammen, denn mit einem Male begann draußen die alte Vorsaalklinge, wie vom Krampf geschüttelt zu lärmen und zu schrillen. Der Dienstmann, dachte Ernst, als das erschrockene Gewissen das erste Zusammenzucken überwunden hatte und lief von Meifchen gefolgt hinaus. Da tönten den beiden mindestens acht lustige Stimmen entgegen. Die ganze Kinderschar der Nachbarschaft stand vor der Tür. Doktors Ruth hatte heute im Garten große Puppentaufe, erzählten ein paar Plappermäulchen zugleich. Die Frau Doktoren hatte ihr die schönste Puppe der Welt von der Reise mitgebracht und nun für alle kleinen Kameraden Ruts Schokolade gekocht, um eine recht feierliche Taufe auszurichten. Zur rechten Zeit hatte man bemerkt, dass unter den lustigen Gästen, die alle auf der Straße geladen worden waren, Ernst und Meifchen fehlten. Kommt schnell, schnell, Ernst, du kannst gleich der Pastor sein, drängte die lustige kleine Ruth. Wie schwer wurde es Ernst, die freundliche Bitte abzuschlagen. Aber er durfte ja nicht fort, ehe er seinen Auftrag an den Dienstmann ausgerichtet hatte. Halb traurig, halb wichtig, erzählte er den Freunden von diesem. Ach, eine Geige steckt also in dem Rumpelkasten, den der Mann immer trägt? fragte ein Nachbarkind. Zeig sie uns doch einmal. Ja, zeig sie uns, bitte tu es, rief die lustige Gesellschaft durcheinander. Ernst war wirklich so schwach und gab den übermütigen Bitten nach. Eine Menge Kinderfüße tappelte über die weiß gescheuerte Diele des stillen Zimmers. Vorlaute Kindermäulchen lachten und witzelten über die alte Geige, des alten Mannes Heiligtum und fürwitzige Hände begannen nun, ohne alle Scheu, den Bogen über die tönenden Seiten zu führen. Ja, Geige Fritz, rief ein kleines keckes Mädchen. Hier auf dem Wandtisch steht eine Klingel. Ich klingel dazu. Und Ernst holt seine Trommel und Trompete. Dann spielen wir auch Quartett, fügte ein großer Junge hinzu. Ehe Ernst abwehren konnte, hatte er die beiden Sachen selbst aus dem Nebenzimmer herbeigetragen. Ein Übermut ohne Gleichen kam nun über alle. Jedes wollte sein Instrument haben. Und wirklich kam es fast so weit, als die wilde Ruth auf den Gedanken kam, Topfdeckel, Eisenkasse rollen, Pfannen und Trichter aus der Küche zu holen und als Pauken und Trompeten zu benutzen. Ernst hatte erst ganz verzweifelt dem Treiben zugesehen, aber als die Sache nun in Gang kam und der ohrenzerreißende Lärm des Streichens, Blasens und Paukens das Zimmer erfüllte, vergaß er seine Angst und rief nur ganz außer sich Wenn ihr schon spielen müsst, so spielt doch wenigstens vernünftig, haltet Takt, schlagt zusammen an, wartet, ich will euch einmal etwas vorblasen, wie ihr es treibt, kann es ja kein Mensch mit anhören. Und mit hellem Eifer sprang er auf einen Stuhl und pfiff, so laut er konnte, jeden Takt mit dem schwarzen Trommelschlägel anschlagend, die Melodie eines Marsches, den er nun schon oft von dem Nachbar gehört hatte. Klar und deutlich klang das schöne Stück über den Lärm der anderen hinweg und mehr und mehr lauschten diese auf ihren kleinen Musikdirektor und ließen nur, wenn dieser das Zeichen dazu gab, ihre Instrumente einfallen. So klang das Ganze immer weniger schrecklich und als schließlich ernst mit einem hellen Trompetenstoß dem Konzertstück einen schmetternden Abschluss gab, war es nur verdienter Lohn, dass die nicht mitspielenden Kinder tüchtig Bravo riefen und in die Hände klatschten. Bravo! rief da mitten unter die hellen jungen Stimmen hinein plötzlich auch eine tiefe laute Männerstimme. Wie ein Geist, der aus der Erde empor wächst, stand plötzlich der alte Mieter unter den erschrockenen Kindern. Wie das Durcheinander kreischte und schrie, wie Töpfe und Pfannendeckel auf die Erde klirrten und sämtliche fremde Übeltäter, schneller als ich es sagen kann, zur offenen Tür, durch die der Alte unbemerkt hereingetreten war, hinaussturben. Auch Maifchen huschte totenblass mit auf den Flur und schloss die Vorseiltür leise hinter den treulosen Freunden. Im Zimmer aber stand Ernst bleich, an allen gliedern zitternd, dem alten Mann gegenüber. Er erwartete Schelte, Vorwürfe, Schläge vielleicht, und er war innerlich bereit, alles geduldig, ohne ein Wort zu sagen, hinzunehmen. Dass der Alte Herr aber kein Wort sprach, sondern ihn nur mit dem bekannten, stummen, prüfenden Blick von oben bis unten musterte, war das Schlimmste von allem. Nach ein paar Minuten konnte Ernst dieses furchtbare Schweigen nicht mehr ertragen. Er sah dem strengen Herrn mutig in die Augen und begann ehrlich zu erzählen, wie die ganze Sache gekommen war, wobei er am Schluss gar herzlich und dringend um Verzeihung bat. Zu seinem großen Trost bemerkte er, dass das Gesicht des Alten während seiner Erzählung immer heiterer und freundlicher wurde. Namentlich das Ernst nur mitgespielt, weil der anderen Spiel doch gar zu schrecklich geklungen und dass er ihnen nur zeigen wollte, wie wirkliche Musik klingen müsse, schien dem greisen Musikfreund heimlich Spaß zu machen. Ohne weiteres Verzeihen, aber kann man solche Buben streiche doch nicht, sagte er trotz all dem streng und ernst. Ihr hättet mir richtig mein Instrument verdorben, wenn ich nicht zufällig noch einmal umgekehrt wäre, um ein vergessenes Notenblatt zu holen. Strafe muss sein, und ich diktiere dir die Strafe, jeden Tag eine volle Stunde lang, sagen wir Nun, erschrickst du nicht ein bisschen darüber? Ach nein, Ernst erschrak gar nicht, oder höchstens ein wenig vor Freude und Seligkeit. Sein Gesicht strahlte wie lauter Sonnenschein. Eine Stunde lang in dem Zimmer des Nachbars und gerade gegen Abend, wo er seine wundervollen Stücke spielte. Dann war ja doch einmal die Möglichkeit, dass er ihm diese himmlische Kunst ablernte. Wie sehr hatte er sich das gewünscht? Ach, wie von Herzen dankte er dem guten alten Herrn für die beglückende Strafe. Dass dieser den wilden Buben nur zu sich bestellte, um ihm wirklichen, sorgsamen Unterricht und der Musik zu erteilen, weil er seine Lust und sein Talent erkannt hatte, werdet ihr wohl schon erraten haben. Ernst war der gelehrigste Schüler, den man sich denken konnte. Er wusste nun auf einmal genau, was er werden wollte, und man merkte dies seinem gesetzten, vernünftigen Wesen deutlich an. Wie glücklich war die Witwe über die Wandlung, die mit ihrem Jungen vorgegangen, und wie dankbar war sie dem lieben alten Herrn. Schade, ach, wie schade, dass dieser, ehe sein Schüler ein so großer, berühmter Mann wurde, für immer sich auf dem stillen Friedhof zur Ruhe legte. Osterhäschen Die kleine Elsa Team war acht Jahre alt und hatte als echtes Stadtkind von den Wundern und Herrlichkeiten der freien Natur noch wenig zu sehen bekommen. Die alten, düsteren Bäume Bäume der Promenade und das Rosengärtchen vor ihrer Eltern Haus war alles, was der Frühling vor ihren Augen mit seinem lieben grünen Hauch überkleidete. Kommet, ich will dir einmal den wahren Frühling zeigen, sagte da einmal Onkel Wendelin, der Vetter von Elschens Mutter, der von seinem Gut im Thüringischen wegen allerlei Frühjahrseinkäufen nach der Stadt gekommen war und zum Entzücken der kleinen Nichte in deren Elternhaus Wohnung genommen hatte. Den wahren, den echten Frühling, der nur im Freien in Wald und Flur sein Banner wehen lässt. Kommet, willst du? Willst du, das war bald beantwortet. Aber zum Glück durfte Elschen auch. Es waren nur noch acht Tage bis zu den Osterferien, die ihr der freundliche Schulvorsteher auf des Onkels bitte, weil sie eben eine fleißige Schülerin war, gern schenkte. Die Mutter packte ihr ein Köfferchen voll Wäsche und Kleider, gab ihr viele liebe gute Wünsche und Ermahnungen mit auf den Weg und dann ging's an einem sonnigen Aprilmorgen hinaus in die lustige Welt. Wie klopfte Elsas Herz all dem Herrlichen entgegen, das ihrer wartete, den sprossenden Feldern, dem knospenden Hochwald, der lieben freundlichen Tante Marie, den duftenden Osterkuchen und vor allem ihrem Cousinchen, dem lustigen Flörchen, von dem sie sich, nach des Onkels Beschreibung, ein gar herziges Bild machte. Den kommt natürlich mit dem Kutscher zum Bahnhof, prophezeite der Onkel. Aber der Kutscher kam allein und empfang seinen Herrn mit einer traurigen Kunde. Flörchen war schwer erkrankt und lag mit Fieber und heftigen Kopfschmerzen zu Bett. Sie war beim wilden Spiel in das noch eisige Wasser eines Abzugrabens auf der Wiese gefallen und hatte sich aufs Heftigste erkältet. Das war ein kalter Strahl auf Elsas sonnige Osterfreude. Wie anders wurde nun alles, als sie sich's gedacht. Alles war still und traurig in dem großen fremden Haus. Niemand konnte sich recht freuen, dass der Onkel das kleine Mädchen mitgebracht. Und kaum fand jemand Zeit, sich ihre anzunehmen, ihr ein Bett zurecht zu machen und ihr in Haus und Garten Bescheid zu sagen. So saß sie einen Tag lang allein in dem großen Wohnzimmer, blätterte in Flörchens Bilderbüchern, die man ihr gegeben und sehnte sich im Stillen recht schmerzlich nach Haus. Zum Glück wurde am anderen Tage alles besser. Die schlimmste Gefahr war für Flörchen vorbei. Sie hatte weniger Fieber und kaum hörte sie von den Eltern, dass Elschen da sei, als sie mit leiser Stimme dringend und flehentlich nach ihr verlangte. Dem kleinen Stadtkind ging gleich das ganze Herz auf, beim Anblick des holden blassen Gesichtchens, das sie aus den schneigen Kissen so matt und doch so herzig entgegen lächelte. Vom ersten Augenblick an hatte sie das schöne Waldprinzesschen über alle Beschreibung lieb. Sie wurde nicht müde an ihrem Bett zu sitzen und wenn sie nicht mit ihr reden durfte, sie wenigstens anzusehen. Zum Herumstreifen im Freien hatte sie alle Lust verloren, obgleich die Märzsonne goldhell durch die bunten Glasfenster, der Schlafstube schien und der Gärtner täglich Feilchen und Schneeglöckchen aus dem Park heraufschickte. So kam Ostern heran und Elzchen hatte den schönen Park, in dem der Frühling sein Wesen trieb, kaum einmal flüchtig durchstreift. Flörchen durfte noch nicht aufstehen, hatte noch immer Fieber und Kopfweh und Elsa bestand treulich darauf, ihre Gefangenschaft zu teilen. Die kleine Patientin plauderte nun schon so viel, als ihr Mütterchen nur zuließ und erzählte dem Bäschen von allen ihren Lieblingen, den jungen Pferden und Kälbern, den Hühnern und Tauben im Hof. Auch einen Hasen habe ich zum Freund, sagte sie einmal. Oben im Park zwischen den Büschen wohnt er. Ich weiß es ganz genau, wenn's Papa auch nicht glauben mag. Ich habe ihn im Winter oft gesehen. Er tut gar nicht scheu und macht Männchen, wenn ich von ferne stehe. Nährchen meinte ihr Vater, wer dir das glaubt. Sie aber blieb fest dabei und schließlich gaben die Eltern halb ungläubig zu, dass wohl ein armer Langohr von Hunger und der eisigen Winterkälte gequält, die Scheu vor den Menschen vergessen und ein Unterkommen in der Nähe des Gutes und dessen Kohlgärten gesucht haben könne. Leider sollte Flörchens Behauptung auf ganz traurige Weise noch bestätigt werden. Am nächsten Morgen war es, als ein Gewirr von fragenden und verwunderten Stimmen vom Hausflur in das Krankenzimmer hereinschallte. Sieh doch, was es gibt, bat Flörchen ihre Cousine, mit der sie gerade allein war. Elzchen lief, um hinaus zu schauen, prallte aber erschrocken zurück, als sie den Gärtner Burschen von der Köchin und dem Hausmädchen umringt, zerschossenen Hasen in der Hand vor der Tür stehen sah. Ich gehe hinein und zeige ihn dem kleinen Fräulein, rief er. Nein, sie erschrickt, schrie Elzchen dagegen. Auch die Mägde wollten von der Überraschung nichts wissen, aber Flörchen hatte von der Unterredung schon genug gehört und eilt sie sich nun mit einem lustigen Was gibt's denn? aus der Ferne hören ließ, glaubte der Bursche im besten Rechte zu sein und trug das starre, blutende Tier an Else vorbei der Kleinen ins Kranken Gemach. Sieh nur, Flörchen, diesen Hauptkerl habe ich oben im Park geschossen, wie das arme Ding erschrak. Mit einem lauten Aufschrei sank sie in die Kissen zurück. Meinen alten Bekannten, jammerte sie, wie schlecht, wie abscheulich von ihnen. Fort, fort damit, ich will ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht sehen. Sie war kaum zu trösten. Der Bursche, der seine Überraschung so verunglückt sah, drückte sich beschämt zur Seite, als Flörchens Eltern auf das Jammergeschrei von verschiedenen Seiten herbeigeeilt kamen. Natürlich ließ es Onkel Wendelin an einer tüchtigen Strafpredigt über das vorwitzige Jägerkunststück und das noch vorwitzigere Eindringen in des kranken Kindes Schlafkammer auch nicht fehlen. Weißt du, Esel, nicht, dass jetzt überhaupt keine Hasen geschossen werden dürfen? Schreib dir es hinter deine eigenen langen Ohren. Sei so gut, hieß es am Schluss. Mit Tränen in den Augen zog sich der arme Kerl vom Schauplatz seiner Schande zurück. Wenn Flörchen sich nur beruhigen wollte, seufzte die Mutter, aber die Kleine nahm die Sache überall maßen ernst. Sie schluchzte und klagte immer zu. Das Fieber, das schon gewichen war, stellte sich wieder ein. Sie mochte nichts essen, und schließlich waren alle von Herzen froh, als sie die verweinten Augen schloss und in einen tiefen, wenn auch unruhigen Schlaf verfiel. Bis spätabends schlief sie fort. Die strahlende Märzsonne ging mit gelbem, klarem Schein am Himmel nieder, und über den hohen Bäumen tauchte im blassen, reinen Himmelsblau die Sichel des Mondes auf. Dazu läuteten die Abendglocken vom Dorfe her, friedlich und feierlich das Fest der Auferstehung ein. Es wird eine kalte Osternacht, sagte der Onkel, der lange am Fenster stand. Klar und kalt, wehe den armen jungen Blüten. Gerade bei diesen Worten, die ein bisschen laut gesprochen wurden, wachte Flörchen auf. Ihre Bäckchen glühten und die dunklen Augen glänzten ganz wunderbar. Eben war ja der Hase hier, lebendig und heil, sagte sie. Habt ihr ihn nicht gesehen? Vergiss doch den Hasenkind, bat Tante Marie. Was hast du denn närrisches geträumt? Nein, nicht geträumt, er war da, er hat sogar gesprochen. Er zöge aus dem Park fort, hier könne er nicht länger hausen. Im Gebüsch in seinem Nest ließe er drei Ostereier für mich zurück. Kind, Kind, wie du fieberst, klagte die Tante. Flörchen aber ließ sich nicht irre machen. Ach, seht doch einmal im Gebüsch nach, bat sie. Ihr werdet gewiss die Eier finden. Morgen, entschied Onkel Wendelin. Jetzt flieg still, Schatz, und vergiss die dumme Hasengeschichte. Leise weinend gab sie sich zur Ruhe. Bitte seht doch nach, bat sie schon halb im Schlaf noch einmal. Nun musste auch Elschen ihr Bett im Nebenzimmer aufsuchen. Onkel und Tante gingen zur Ruhe und bald hörte man nichts mehr im großen stillen Haus als das Tick-Tack der Wanduhr und Flörchens tiefer Atemzüge. Elsa konnte lange nicht schlafen. Immer wieder musste sie an Flörchens Traumerzählung denken. Endlich aber nahm der Schlummer auch sie gefangen. Doch gegen alle Gewohnheit wachte sie mitten in der Nacht wieder auf. Flörchens Stimme hatte sie geweckt. Bitte, bitte, sieh doch nach den Ostereiern, klang es weinend an ihr Ohr. Drei oder viermal rief die kleine Kranke dieselben Worte. Vater und Mutter standen an ihrem Bett und Baten doch ruhig zu sein und still und schön zu schlafen. Elzchen aber kam plötzlich auf einen lustigen Gedanken. Niemand konnte es hören, wenn sie sich jetzt leise anzog und aus der Hintertür, die sich leicht aufschließen ließ, ins freie schlich. Warum sollte so ein Osterwunder nicht möglich sein? Sie hatte so viel wundersame Geschichten in ihren Märchenbüchern gelesen und der Wunsch, auch einmal etwas Außerordentliches und Märchenhaftes zu erleben, war schon seit Jahren in ihr wach. Heute kam nun noch die Sehnsucht dazu, dem geliebten Flörchen vielleicht eine große unbeschreibliche Freude zu machen. Lebhaft und schnell entschlossen, wie sie war, führte sie ihren Vorsatz ohne langes Besinnen aus, schlüpfte in ihre Kleider und eilte leise über den langen Flur und dann durch das Hauspförtchen ins Freie hinaus. Scharf kalte Luft wehte ihr entgegen und über den Rasenplätzen lag, wie eine feine Spitzendecke, zarter Reif gebreitet, der im blassen Mondschein wie Silber glitzerte. Fröstelnd, aber doch unverzagt, rannte Elzchen über den großen Grasplatz der Höhe des Parkes zu, wo in einer Ulmen Lichtung das niedere Buschwerk sich befinden musste, das ihr Flörchen vom Kammerfenster aus als Wohnung ihres armen Freundes bezeichnet hatte. Voll zitternder Erwartung begann Elzchen hier nach dem Hasennestchen zu suchen. Hätte sie ein paar goldene oder demantene Eier gefunden, sie wäre wohl kaum übermäßig erstaunt gewesen. Aber sie fand lange lange nichts, obgleich der Mondschein ihr fast taghell leuchtete. Endlich zog ein Busch Schneeglöckchen ihre Blicke auf eine mosige Vertiefung. Sie kniete hin, vorerst um die weißen Blümchen zu pflücken. Aber o liebliches Wunder, dies weiche Mooslager, es war wahrhaftig ein Nest, und wahrhaftig, da lag etwas, zwei eirunde, dunkle, seltsame Dinger. Ostereier, jubelte Elsa und griff nach den braunen Gegenständen. Sie waren weich und seidenfein. Nein, Eier waren es nicht. Sie bewegten sich leis in ihrer Hand. Eine entzückende Ahnung ging in ihr auf und der helle Mondstrahl bestätigte See. Zwei junge Häschen hielt sie in der Hand, kugelrund und flockig, zwei arme, verlassene Waisenkinder, die ohne sie erfroren wären in dieser eiskalten Nacht. Atemlos ward nun der Weg nach dem Haus zurückgelegt. Eben hatten Onkel und Tante Elschens Fortsein bemerkt. Welch ein Fragen und Staunen gab es nun, als sie glühend vor Entzücken mit ihrer Osterüberraschung ins Zimmer trat. Flörchens Jubel kannte gar keine Grenzen. Seht, ich hab doch nicht geträumt, rief sie immer wieder. Geträumt wohl, aber es war ein wunderbarer Traum. Die armen Dinger wären verhungert und erfroren, wenn Elschen sie nicht gerettet hätte, sagte Onkel Wendelin gerührt. Mit den Häschen vor sich schlief Flörchen sanft und selig ein. Die beiden Kinder fütterten die kleinen Dinger mit unsäglicher Mühe groß. Die Freude darüber half gewiss ein wenig mit, dass Flörchen nun bald gesundete. Elschen hat noch eine köstliche Osterwoche im schönen Thüringen verlebt. Der Frühling zog mit aller Pracht ins Land, so wundervoll, dass sie es nie vergessen wird. Aber die liebste Erinnerung aus jener Zeit sind ihr doch die Osterhäschen. Sommerseelchen Die kleine Liesel ging mit ihrem Onkel Hans im Herbst Sonnenschein einen schmalen Waldweg bergauf nach der Rodenbergswiese, einem freien grünen Wiesenfleck, hoch oben zwischen den schwarz-grünen Waldmassen des Thüringer Waldes. In den hohen Kronen sauste und brauste der Sturm. Liesels blonde Haare flogen flatternd unter dem dunkelroten Kapuzchen, das sie über den Kopf gezogen hatte, hervor und ihr blaues Regenmäntelchen wollte sich gar nicht an den Körper schmiegen. Aber sie hielt rüstig mit dem Onkel Schritt. Ein frohes, stolzes Leuchten lag in ihren blauen Augen und ihre Wangen glühten. Onkel, fragte sie begeistert, weißt du noch, wie ich mich vor einem Jahr noch so fürchtete vor dem wilden Sturm, wie ich nachts immer dachte, er risse unser Haus um? Jetzt fürchte ich mich gar nicht mehr. Wenn es so saust in den hohen Tannen, oh wie hab ich das gern. Und wenn der Wind mich nachts noch manchmal weckt, dann sein im sicheren Haus, nicht wie du so oft auf schwankendem Schiff. Nie mehr weck ich Mutter auf, seit du mir im vorigen Jahr gesagt hast, du hättest im wildesten Sturm auf der See nicht ein bisschen Angst. Onkel, weißt du's noch? Der Onkel, der ein großer, breitschuldriger, stämmiger Mann war, nickte und sah freundlich zu seinem kleinen, zarten Liebling hinab. Recht so, sagte er, sei tapfer, meine Liesel. Die Kleine streckte sich mit fröhlichem Stolz. Onkel Hans, begann sie nach einer Weile von Neuem. Ich fürchte mich auch nicht mehr vor Donner und Blitz. Weißt du noch, wie mir früher immer bangte und wie ich mich verkroch? Nun kann ich ohne Zucken den Zickzack des Blitzes in den Wolken verfolgen wenn's noch so furchtbar rollt und kracht. Das freut mich von meinem Patenkind, meine Liesel. Liesel nickte und lachte froh. Ein Weilchen sah sie schweigend vor sich hin. Dann suchten die glänzenden Blicke aufs Neue des Onkels gute ernste Augen. Onkel, sagte sie leise und froh. Ich glaube, ich fürchte mich überhaupt nicht mehr. Vater hat mir etwas gesagt, wenn man daran denkt, kann man auch in der dunkelsten Stube nicht mehr vor der Dunkelheit entsetzen. Dunkelheit ist gar nichts zum Grausen. Hier ins Windloch. Sie deutete auf eine tiefe dunkle Höhlung in einem mächtigen Felsgestein am Weg. Bin ich neulich ein ganzes Stück hineingegangen, gebückt, dass ich mich nicht stieß. Tüchtig kühl war's darin, aber sonst auch gar Wirklich? Wäre dir's denn recht, wenn wir jetzt einmal zusammen hinein lugten? Ich natürlich gebückt auf allen Vieren, ich vorweg, du hintendrein? Drinnen in der Höhle zünde ich dann ein Streichholz an. Der Liesel war's ganz recht. Der Onkel kannte die Höhle von früher und wusste, dass der schmale niedere Eingang in eine Art dunkle Halle führte, mit ebenem, glatten Boden, hoch genug, um darin aufrecht zu stehen, sodass gar keine Gefahr vorhanden war. Nur die tiefe Dunkelheit darin war schauerlich. In den Tiefen und Falten der Steinwände blieb der Schatten unverändert kohl schwarz, als Onkel Hans ein Wachsstreichhölzchen abbrannte. Kein Wunder, sagte er, dass die Leute allerhand Märchen und Sagen von Berggeistern in dieser schwarzen Tiefen und Ecken hineindichten. Von den Dorfjungen traut sich kein Einziger in die Höhle hinein, sagte seine kleine Begleiterin. Wohl aber meine Liese, dachte der Onkel und hatte seine helle Freude daran. Mit lachendem Gesicht und ganz ruhig stand das schlanke Figürchen neben dem Onkel in der Mitte der Höhle. Ruhig und aufmerksam sah sie sich rings um. Ich fürchte mich nicht, sagte sie mit heller Stimme. Wovor denn auch? Berggeister gibt's nicht, das hat mir Vater ganz bestimmt gesagt. Ich will mich doch nicht fürchten vor Dingen, die gar nicht auf der Welt sind. Ich ... In diesem Augenblick zuckte sie aber doch ein wenig zusammen. Ein wütendes, rasendes Gebell erhob sich draußen vor der Höhle. Aber gleich winkte die Kleine dem Onkel lieblich lächelnd zu. Das ist der nur Wolf, der Wolfssohn vom Doktor, der nimmt ihn immer mit, wenn er im Wald spazieren geht. Wolf, kusch! rief sie hinaus. Ich bin's ja, wir sind's ja, kusch kusch mein Wolf! Augenblicklich verstummte beim Klang der hellen Kinderstimme das rasende Gebell draußen. Der Onkel zündete ein neues Streichholz an und kroch vorweg. Liesel folgte ihm ein wenig gebückt. So verließen beide die Höhle. Der große, wild aussehende, wolfartige Hund, der mit seinem Herrn auf dem Waldwege stand, erhob bei Liesels Anblick ein jubelgekläff. Das Kind hatte zu tun, seine ungebärdigen Liebkosungen von sich abzuwehren und es tat es freundlich lachend. Ihr seid ja jetzt riesig gute Freunde, sagte der alte Doktor zu Liesel, nachdem die beiden Herren sich begrüßt hatten. Das freut mich, hab ich's nicht immer gesagt? Der Wolf ist gut, vor dem braucht niemand Angst zu haben. Liesel sagte, immer den ungebärdigen Wolf streichelnd und tätschelnd, Ja, ja, gutes Wolfel, ist schon gut, ich hab dich ja gern, bist ein lieber Kerl, bist mein Wolfel, Ein schweres Auseinanderkommen war's. Der Doktor musste seinem treuen Wolf dreimal pfeifen, ehe er von Liesel wich. Und vor diesem guten Tiere hatte sich Liesel früher so entsetzt. Sie erzählte es dem Onkel beim Weitergehen. Der wild aussehende Hund hatte ihr einen großen Schrecken eingejagt. Schreiend war sie ein paar Mal vor ihm davongelaufen. Da war der Hund ihr kläffend nachgesetzt. Ihr Herz war ihr fast zersprungen vor Angst. Erst als die Mutter ihr ernst zugeredet hatte, sie solle sich doch bezwingen, den Hund ruhig an sich herankommen lassen und ihn einmal streicheln, er tue ihr wirklich nichts, da habe sie sich nach schwerem Kampf ein Herz gefasst. Zuerst habe sie ihn freilich nur mit einem ausgestreckten Finger ganz von fern angetippt und da habe der Hund auch sofort gewedelt und jetzt sei er ganz zahm und zutraulich geworden und ihr bester Freund unter allen Dorfhunden. So erzählte Liesel dem Onkel beim Bergansteigen von lauter kleinen Tapferkeiten, von lauter Angst überwinden. Sie wollte sich nicht rühmen und sprach nicht eitel, nur wie man von einem fröhlichen Siege Onkel ich glaube ich habe nun Mut gelernt Der Onkel entgegnete das sei ein großes Glück Mut brauche man sehr nötig im Leben Er erzählte manchen Fall wo er ihn selbst gebraucht Onkel Hans war ein großer Reisender ein erforscher fremder Erdteiler Zur Überarbeitung eines Werkes über seine letzte große Afrika Reise war er jetzt auf ein paar Wochen zu seinem Bruder und seiner Schwägerin nach Thüringen gekommen In einer Woche war die Arbeit getan und dann hatte er eigentlich wieder abreisen wollen Er war nicht ganz gesund aus der heißen Fieberluft Afrikas heimgekehrt und der Arzt hatte ihm gesagt den Herbst im Waldgebirge könne er jetzt unmöglich vertragen Ehe er käme solle er unbedingt in die wärmere geschütztere Stadt heimkehren Anfang November war die eigentliche am wildesten Brausen die Tage so bang und dunkel sind und so viel Regen fällt Aber wie ganz anders war's in diesem Jahr im Thüringer Wald Wohl sang der Sturm sein wildes Lied Aber die Luft war noch weich und warm Die Sonne schien Die Waldwiesen waren noch grün und saftig und alle Mose noch frisch An den Bäumen hing noch das Laub Feuer gelb Rot und goldig braun leuchtete es von den Waldrändern in den tiefen Tannenwald hinein Wie wenn durch schmale bunte Kirchenfenster die Sonne scheint sagte der Onkel eben als die beiden Wanderer sich der Waldwiese auf der Bergshöhe näherten Nein wie das noch warm und schön ist wie das Wohltut dieses Wandern in eurem Wald Liesel jauchzte Lieber lieber Onkel und nicht wahr solange es so schön ist bleibst du noch da bitte bitte bleib noch lange lange gehe doch noch nicht fort der Onkel sagte gerührt ja Herzenskind ich bleibe bei euch solange dieser liebe alte Sommer lebt der wie es scheint gar nicht sterben kann auf der Waldwiese oben schwieg der Wind unter blauem Himmel mit schneeweißen Wolken im heiteren Sonnenschein lagen die Berge aus deren dunkelgrünem Tannenbestand rot und golden die noch fast unversehrte Laubracht hervorflammte Onkel und Nichte konnten sich nicht sattsehen als Waldkind wusste Liesel auch schon trotz ihrer jungen Jahre wie schön das war freilich die letzten Gänseblümchen und niederen Glocken auf der Wiese entlockten ihr fast noch größeren Jubel als die im Sonnenschein ausgebreitete Bergwelt Als Onkel und Liesel sich dann auf einen kleinen Erdhügel setzten und der Onkel das mitgebrachte Vesperbrot aus der Tasche zog war Liesel erst recht keine Spaßverderberin Fröhlich wurden die schönen frischen Buttersämmeln mit Äpfeln und den süßen Kernen großer Walnüsse aus dem Garten verzehrt Das schmeckte köstlich in der freien frischen Luft Das Papier stecken wir da hübsch hinein in die Baumhöhle Onkel dass es nicht unordentlich herumliegt Butterbrot Papiere auf den schönen Waldwiesen kann Papa gar nicht leiden sagte Liesel nach beendetem Schmaus Es war eine mächtig dicke ausgehüllte Baumwurzel die sich da neben einem verwitterten Baumstumpf am Boden ausbreitete Liesel fuhr ein Stück mit der Hand hinein Nein wie tief das geht sagte sie verwundert und machte einen Versuch den Arm bis an den Ellenbogen hinein zu schieben Mit lachenden Augen sah sie dabei zum Onkel auf Plötzlich aber zuckte sie heftig zusammen Ihre kurz vorher noch so frohen Augen blickten entsetzt und starr Onkel 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 rief sie immer wieder mit bebender zitternder Stimme mit Gewalt das Schluchzen unterdrückend das ihren ganzen Körper erschütterte Mein Liebling redete der Onkel besorgt auf sie ein rede doch was ist dir denn was ist denn geschehen Liesel meine Liesel aber diese konnte kaum reden so schüttelte es sie Onkel rief sie endlich sich mit Gewalt zusammen nehmend sei doch nicht böse verachte mich nicht ich will mich ja nicht fürchten aber was darin ist das ist zu entsetzlich ich bin so sehr erschrocken so unheimlich hat's mich gefasst etwas krabbeliges furchtbares oh Onkel lieber Onkel sie wollte den Onkel anlächeln sich zusammennehmen mit mit kraft aber die großen heißen Tränen brachen wieder ihren Willen aus den Augen dicht an den Onkel geschmiegt ihn fest umfassend und bei ihm Schutz suchend verharrte sie ein Walchen und der Onkel streichelte ihr sanft die Backen tadelte sie mit keinem Wort sondern tröstete nur immer fasse dich doch Herze sei ruhig ich bin ja bei dir wenn du dich erholt hast sehen wir einmal nach was es ist das dich so erschreckte nein nicht nachsehen nicht nachsehen rief Liesel schaudernd und scheu der Onkel jedoch entgegnete freundlich aber bestimmt doch wir müssen wissen was unserem tapfern kinde solche angst eingejagt hat meinst du das nicht selbst wenn du dir es überlegst dass wir sonst beide gar zu feig wären Liesel nickte ernsthaft und nahm sich nun fest zusammen sie ließ den Onkel los und trocknete die Tränen mit großen aufmerksamen Augen sah sie zu wie der Onkel nach einer Weile neben der Wurzelhöhle niederkniete und den Oberkörper tief zur Erde bog um erst einmal in die Höhlung hinein zu blicken ehe er den Arm in dieselbe schob dabei ging plötzlich ein helles freudiges und gerührtes lächeln über sein Gesicht du hast recht Liesel darin wohnt jemand der bewegt sich ganz leise sagte er und seine stimme klang auf einmal auch leise und eigentümlich zart warte ich will dir's gleich herausholen Liesel fuhr zusammen und wehrte scheu und erschrocken ab nein nein aber der onkel steckte nun schon vorsichtig die hand in die höhle es ist etwas liebes sagte er beschwichtigend hab nur keine angst und damit zog er den arm schon wieder heraus vergnügt und geheimnisvoll lächelte er Liesel an da guck mal sagte er dann und hielt ihr die wie ein schüsselchen geschlossene hand entgegen ein Schmetterling ein großes buntes Pfaunauge saß darin mit matt zitternden Flügeln und zuckenden Fühlhörnern das war's das entsetzliche sie meine Liesel ein kleiner sanfter Schmetterling nichts weiter da schüttelte Liesel staunend ungläubig den Kopf nein 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 ein Schmetterling das kann ja doch nicht sein wie wäre dann das möglich dass ich darüber erschrocken wäre dass es mir so furchtbar war als es mich berührte möglich ist schon und du brauchst dich auch nicht zu schämen bleibst doch mein tapferes Kind erklärte der Onkel gerade leise sinnend. Der Onkel nickte. Ja, so kann man sich täuschen. Der Sommervogel hat sich wohl das warme, dunkle, heimlige Stübchen hier auch nur ausgesucht, weil er müde war vom langen Sommertanz, denn den fühlt so ein Tier voraus. Es hat gewiss noch nicht sterben können, wie die meisten seiner Brüder, weil der Sommer auch noch nicht gestorben ist. Aber nun komm, wir wollen ihn mit heimnehmen und auf den Blumentisch setzen. Sommerseelchen wollen wir ihn nennen. Meine Hand ist groß. Ganz behutsam kann ich es darin tragen, ohne dass es sich verletzt und stößt. So geschah es. Sommerseelchen hat noch acht Tage zwischen den Blumenstöcken auf dem Blumentisch gelebt. Es ist ganz zahm geworden und hat oft mit seinen zitternden Flügeln und leise knisternden Füßchen auf Liesels Finger gesessen, um Honig oder süßen Zuckersaft zu saugen, mit dem diese ihren Zeigefinger zur Labung und Bewirtung für den lieben Gast bestrichen hatte. In der Stubenwärme und dem freundlichen Sonnenschein hat es seine Flügel oft wohlig und weit ausgebreitet. Liesel konnte sich dann gar nicht satt sehen an den vielfarbigen Ringen der großen Augen auf seinem braunsamtenen Kleider. Lebt denn Sommerseelchen noch? War jeden Morgen Onkels erste Frage, wenn er zu den anderen ins gemütliche Frühstückszimmer trat. Ja, es lebt noch, riefen dann alle einstimmig, heiter und froh. Die Sonne schien. Draußen schwebte ganz leise, leise wie im Spiel das goldige Birken- und Kastanienlaub von den Bäumen. Das erste Ofenfeuer knisterte, aber auf den blauen Herbstfeilchen, die noch im Garten gewachsen waren, saß das Pfaunauge und klappte leise mit den schönen Flügeln, immer ein bisschen müder von Tag zu Tag. Dem Sommerseelchen war's wohl bei den lieben Leuten im friedlichen Haus. Aber eines Tages lag es doch tot zwischen den Blumentöpfen auf dem Blumentisch. Liesel trauerte um das Tierchen, das sie nie vergessen wird. An diesem Tag hat sie auch sehr geweint, zum ersten Mal seit dem heftigen Schreck auf der Rodenbergswiese, und zwar, weil der Onkel abreiste, den sie so lieb hatte. Der kalte Herbst war mit Schnee und eisigem Regen über Nacht wild hereingebrochen, ins kleine frohe Dorf im Thüringer Wald. Da musste Onkel in die Stadt zurück, um sich dort neu zu stärken, bevor er wieder hinauszog, in ferne Länder, in Sturm und Gefahr. Die Spinnprobe In einem Ländchen, das irgendwo zwischen himmelhohen Bergen an einer der schönsten Stellen der Erde lag, herrschte einst ein guter weiser König, der eine Fee zur Gemahlin hatte. Als diese dem Erdensohn die Hand reichte, verlor sie alle Wundergaben, sodass sie eine gewöhnliche sterbliche Erdenfrau wurde. Aber ein Schimmer ihres Feenwesens war ihr doch geblieben. Sie war schöner als alle anderen Frauen. Dazu zeichnete sie sich durch wunderbare Geschicklichkeit und große Klugheit aus. Und wenn ihr auch die Feengabe des Eilsehens genommen war, so sah sie doch tiefer und weiter als alle anderen Menschenkinder. Dass diese kluge, schöne, gütige Königin im Lande in hohen Ehren stand, kann sich wohl jeder denken. Das glückliche Königspaar besaß auch ein Töchterchen, das der Mutter ähnlich zu werden versprach. Unter dem Prinzessinnenkrönchen und dem goldenen Haar sah das klare Kindergesicht so freundlich und bescheiden in die Welt, dass es sich mit einem Blick alle Herzen gewann. Prinzesschen Viola war des Landes Kleinod und die Augenweide aller, der Ältesten und der Jüngsten. Wenn sie mit ihren Eltern im Königswagen mit den vier goldgeschirrten Schimmeln durch die Städte fuhr, ging ein Jauchzen durch die Gassen, Blumen flogen durch die Lüfte und bunte Tücher flatterten aus allen Fenstern. Tagelang war es den Leuten nach dem lieben Anblick noch frohr zum Mutter. Natürlich war das Kind der Eltern Augapfel und jeder Wunsch, der nur im Bereich der Möglichkeit lag, wurde ihm erfüllt. Viel zu wünschen gab es für dieses Kind freilich nicht. Das schönste Spielzeug, die besten Bücher, die niedlichsten Kleiderwaren seien. Es wohnte in einem weißen, goldschimmernden Marmorschloss inmitten eines herrlichen Gartens. Es hatte sein Pferdchen, sein weißes Reh, seinen treuen, schönen Hund, seine Singvögel, seine Tauben. Aber eines Tages merkte es doch, dass ihm etwas fehlte. Es sah auf der Landstraße zwei Mädchen, ziemlich gleich groß, in gleicher Tracht und eng umschlungen. Zwei Schwestern aus dem nächsten Ort, berichtete der Hofmarschall, den man fragte. Da sagte die kleine Prinzessin sehnsüchtig, ach, eine Schwester möchte ich auch haben, eine, die auch ungefähr so alt ist wie ich, mit der ich spielen, arbeiten und reden könnte. Das Königspaar schaute einander an und in beiden Gesichtern stand derselbe Gedanke. Wir wollen unter den edelsten Geschlechtern des Landes eine Pflegeschwester für Viola aussuchen, sagte der König am Abend dieses Tages zur Königin. Aber die kluge, sanfte Frau schüttelte leise den Kopf. Wenn es dir recht ist, nicht unter den edelsten Geschlechtern, sagte sie. Die Kinder der Reichen und Großen haben im eigenen Heim Freuden genug. Das beste, liebste von Herzen, reinste Kind aus dem Volke soll Violas Gefährtin werden. Wir wollen uns unseres Kindesaltersgenossinnen aus den armen Schulen ins Schloss holen lassen und ich suche die Beste aus. Du Liebe, erwiderte ihr Gemahl. Wie willst du denn die Beste erkennen? Früher, ehe du mein liebes Weib wurdest, konntest du ja wohl die Gedanken sehen. Aber jetzt? Oh, ich sehe sie noch, wenn sie sich in Dinge verweben. Lass mich einmal schalten, mein Gemahl, rief sie bittend. Du wirst sehen, dass ich die Rechte finde. Sind deren Eltern dann damit einverstanden, so soll sie Violas Gespielern werden. Und hat sie niemanden in der Welt, so wollen wir sie zu unserem zweiten Kinde machen, ob sie nun hold oder hässlich ist. Sie soll alles Schöne haben, was Viola hat und soll ihr in nichts nachstehen. Bist du damit einverstanden? Darf ich auswählen? Ich bitte dich darum, sagte der König. Am nächsten Tage ging eine große Aufregung durch alle Städte und Dörfer des Landes. Das Königspaar hatte Boten umhergesandt, die etwas Seltsames verkündigten. Alle Mädchen von zehn bis zwölf Jahren, die in armen Schulen Unterricht empfingen, sollten sich am ersten Maisonntag im Königsschloss versammeln. Dort würden viele hundert von Spinnrädchen bereitstehen und es sollte große Spinnprobe stattfinden. Nach einer Stunde sollten die gesponnenen Fäden geprüft werden und die den schönsten Faden gesponnen, soll ein großes Glück erfahren. Wenn sie wolle und möge, solle sie als zweites Prinzesschen für immer im Schloss bleiben und Viola in allem gleich sein. Sie sei aber nicht gebunden. Wenn sie ein Elternhaus besitze, von dem sie sich nicht trennen wolle, so könne sie in dasselbe Heim kehren, wann es ihr beliebe und brauche Viola nur, so oft sie dazu Lust habe, Gesellschaft zu leisten. In der Hauptstadt sollten sich die Mädchen an den bestimmten Tage alle versammeln und dann zusammen auf der Langen Schlossallee zum Königsschloss hinauswandern. Es ist nicht zu beschreiben, welchen Eindruck diese Verkündung machte. Die Armen, gerade die Armen waren die Auserwählten. Da beneideten endlich einmal die Reichen die Armen. Und von den Armen beneideten wieder die Kinderlosen, die früher viel besser daran gewesen, die glücklichen Leute, denen ein Mädchen in dem besagten Alter beschert war. Ganz wohlhabende Bürgersleute wollten rasch noch ihre Töchter in die Armen schulen schicken, aber das ging nicht. Die königlichen Boten mussten darauf achten, dass keine Ungerechtigkeit und Unrichtigkeit vorkamen. Da waren die armen Leute einmal obenauf. Jeder hoffte, sein Mädel werde die Auserwählte sein. Und deshalb wurde nicht gespart, um die Kinder so auszurüsten, dass sie sich vor den hohen Herrschaften sehen lassen konnten. Die hübschesten und geschicktesten bekamen von Schustern und Schneidern sogar Sachen geborgt, mit der Mahnung, sie nur dann im Glück rechtreichlich für ihre Hilfsbereitschaft zu belohnen. Da wurde in den armen Schulen so viel von hübschen Kleidern und Schürzen und Schuhen gesprochen wie noch nie. Der König, die Frau Königin und das Konzessien, waren in aller Kinder Mund und viele, namentlich die, die wirklich schön spinnen konnten oder es zu können glaubten, sahen sich schon ganz heimisch im goldschimmernden Märchenschloss. Die Faulsten wurden fleißig und probierten und übten und rühmten sich dann, wie hübsch und fein ihr Fädchen gerate. Ein einziges kleines armes Ding konnte trotz aller Sehnsucht nicht einmal dazu kommen, ein Spinnrad zu berühren. Sie war eine Weise und stand im Dienst bei harten, rohen Leuten, die ihr so viel Arbeit für sich und ihre Kinder aufbürdeten, dass ihr schwächlicher Körper schon ganz gebückt und ihr Gesichtchen alt und müde war. Recht traurig und hässlich sah sie aus, die arme, kleine Marei. Deshalb erschrak sie auch zuerst sehr, als sie in der Schule hörte, dass sie mit ins Königsschloss sollte. Sie konnte ja nicht spinnen und konnte überhaupt gar nichts. Das hörte sie jeden Tag unter Schlägen und Schelten wohl hundertmal. Deshalb duckte sie sich auch ganz demütig zusammen, als ihre grobe Dienstherrschaft sagte, sie möge sich nicht einfallen lassen, zu glauben, sie dürfe mit ins Schloss. In ihrem Lumpenkleidchen könne sie nicht gehen und ihr ein besseres zu kaufen, das falle ihnen gar nicht ein. Sie brauche die Herrlichkeit des Schlosses nicht zu sehen. Sie bekomme auch nichts davon vor die Augen. Und wer sollte denn arbeiten, die Kinder anziehen, Holz hacken, Wasser tragen und die übrigen Hausarbeiten verrichten, wenn sie fortliefer? Sie bleibe da, sie gehöre nicht zu den anderen. Damit Punkt um. Die arme Marais sah das alles ein und sagte auch nicht ein Wort dagegen, obgleich ganz allmählich auch in ihrem Herzen die Sehnsucht erwachte, mit dabei zu sein. Nicht an Glanz und Glück dachte sie, sie war ja so ungeschickt und würde den Preis nie gewinnen. Aber aus den Reden der anderen erfuhr sie immer mehr von der guten, schönen, klugen Königin und dem liebreizenden Prinzesschen, sodass der Wunsch in ihr lebendig wurde, die beiden nur ein einziges Mal von fern zu sehen. Wachend und schlafend träumte sie von den beiden und pries die anderen Kinder glücklich, weil sie in die Nähe der herrlichsten Frau und des freundlichsten, besten Kindes kommen durften. So kam endlich der Tag der Spinnprobe heran. Die Kinder von auswärts waren schon in der Hauptstadt. Alle Straßen wimmelten von kleinen, sauberen, glattgekämmten, hübsch angezogenen Mädchen. Der Zug sollte bald abgehen, als die Königsboten noch einmal das Verzeichnis aller zehn- bis zwölfjährigen Armen-Schülerinnen mit den Anwesenden verglichen. Da stellte es sich heraus, dass eine Zehnjährige namens Marais fehlte. Die musste herbei, um jeden Preis. Die Frau Königin hatte streng befohlen, keine einzige zu vergessen. In großer Aufregung fragten die Boten, wer denn das Mädchen sei und wo sie wohne. Ach, das Waisenkind, das bei dem bösen Kupferschmied im Mauergässchen diene, sei es nur. Die habe wohl nichts anzuziehen und könne daher nicht mit, sagten die Leute geringschätzig. Aber die Boten nahmen den Befehl ihrer geliebten Königin sehr ernst. Augenblicklich machte sich einer nach dem dumpfen, dunklen Haus im Mauergässchen auf und brachte das zitternde erschrockene Kind, wie er es gefunden hatte. Im dünnen Hemd und schlechten Röckchen, barfüßig, die Spuren der Asche, die sie eben aus dem Herde geräumt, noch an den Händen. Spott und Gelächter wollte sich erheben, aber dazu war keine Zeit. Die Turmuhr schlug eben zwölf. Und mit dem letzten Glockenschlag der Mittagsstunde sollte sich der Zug in Bewegung nach dem Schlosse zusetzen. »Frisch auf!« rief ein Herold. »Im Namen des Königspaares!« Und ein anderer fügte hinzu, »Die Frau Königin lässt verkünden. Jetzt fange die Spinnprobe eigentlich schon an!« Auf die letzten Worte achtete niemand und niemand verstand sie recht. Unter den Klängen kleiner silberner Trompeten wandelte die geschmückte, erregte Mädchenschar dahin. Marai schloss als letzte den großen, langen Zug. Sie wunderte sich nur, dass ihr das Herz nicht zersprang, so heftig arbeitete und pochte es in ihrer Brust. Was ging alles darin vor? Die Schmach und Schande, so schlecht gekleidet, so verwahrlost, ja mit schmutzigen Händen sogar im festlichen Zug zu schreiten, wollte die Arme kleine zu Boden drücken. »Ich bin die Allerniedrigste. Ich kann, ich kann so nicht mit«, dachte sie tief beschämt. Dann aber zuckte doch die seligste Wonne durch ihr Herz. Sie durfte ja die Königin und die Prinzessin sehen, wenn auch gewiss nur ganz kurz von ferner. Recht inbrünstig dachte sie an die Seligkeit derjenigen, die den Preis gewinnen und das Glück erringen würde. Wenn es eine ihrer Kameradinnen treffe, wie wonnig das wäre, welcher sie es am liebsten gönne? Ach, allen! Die, welche leer ausgingen, taten ihr innig leid. Dass sie fast alle immer hässlich und hämisch zu ihr gewesen waren, hatte sie ganz vergessen. Ach, solch ein Glück! Sich nur hineinzudenken war schon eine Seligkeit. Immer in der Nähe der herrlichen Königin sein, von ihr Gutes lernen, ihr dankbar und gehorsam sein bis ans Ende der Tage und dem süßen Schwesterlein in Liebe dienen. Oh glücklich, überglücklich die, welche diese Wonne traf! Viele aus ihrer Klasse waren ja so geschickt. Sie allein konnte nichts. Aber wer sollte ihr auch etwas zeigen? Die Frau, bei der sie diente, hatte mit den vielen Kindern ihre Liebe Not. Aus Sorge war sie wohl auch nur so böse. Wenn das Glück doch einer so kleinen, dummen Marei zuteil werden könnte. Es war ja gar nicht daran zu denken. Gewiss nicht. Aber gesetzt einmal den Fall, wie sie dann austeilen wollte. Alles, was sie bekam, wollte sie mit den Kindern der Leute teilen, bei denen sie gedient. Und nicht im Start und Glanz wollte sie dann zu ihnen gehen. Nein, im einfachsten Kleid. Und der Königin wollte sie nie ein Wort davon sagen, dass die Leute sie so oft geschlagen. Ja nicht einmal denken wollte sie mehr daran, wie schlecht sie von ihnen behandelt worden sei. So sann sie. Und dabei sah sie nicht, wie viele Blicke sich verächtlich auf sie richteten. Man muss sich ihrer schämen, dachten viele der Kinder. Sie sieht ganz weiß aus im Gesicht. Wenn sie doch nicht mit fortkäme, das wäre am allerbesten. Dann sahen die, die so gedacht, wohlfällig an ihrem eigenen netten Anzug hinab. Ich bin die Hübscheste, dachte die eine. Ganz gewiss die allerhübscheste und die geschickteste auch. Ich muss es gewinnen und gewinne es auch und passe ganz allein zur Prinzessin. So ähnlich dachte eine andere auch. Sie rieb sich die Hände, wenn sie an die weichen Betten und die schönen Mahlzeiten im Schlosse dachte. Natürlich lasse ich mich ganz als Kind annehmen. Nach Hause brauche ich nie mehr. Meines buckligen kleinen Bruders würde ich mich doch nur vor den Königsleuten schämen. Eine dritte dachte anders. Ich fahre jeden Tag ins Heimatdorf im funkelnden goldenen Wagen, dass die Leute mich sehen und bewundern. Seidene Kleider trage ich alle Tage und wenn ich Prinzessin werde, muss ich auch eine goldene Krone haben mit rosenroten Steinen. Einer vierten war nicht so rosig zumute. Sie hatte heute früh gesehen, wie gut das Nachbarstöchterchen spann. So gut konnte sie es lange nicht. Ihr Herz verbrannte ihr beinahe vor Neid und sie dachte sich allerlei aus, um den glatten Faden der Beneideten zu verwirren und zu zerreißen. Die gute Spinnerin ahnte das nicht. Sie hatte in aller Eile so fein spinnen gelernt und sich tüchtig geplagt. Aber dafür wollte sie nun im Glück auch die Hände in den Schoß legen, bis ans Ende ihrer Tage, wollte sich bedienen lassen, befehlen und genießen. Das sollte prachtvoll werden. Viele, viele Gedanken gingen beim Klange der kleinen Silbertrompeten noch in den Mädchenköpfen hin und her. Und unter solchen Gedanken kam man dem Schlosse immer näher und näher. Endlich taten sich die hohen Tore des Palastes auf. Eine herrliche Frau winkte den Kindern vom hohen Altane den Willkommensgruß zu und das schönste Kind streute mit anmutiger Gebärde, Rosenblätter und vergiss man nicht, auf die kleine Schar hinab. Oh, wie Marai in ihrem schlechten Röckchen unter den strahlenden Blicken von Mutter und Kind erzitterte. So blendend hatte sie sich die Königin nicht gedacht, so engelsschön nicht die goldhaarige Viola. Wie im Traume schritt sie mit in den großen Saal, wo die Mädchen standen. Sie wusste, es würde sie nun gleich jemand hinausweisen und wegen ihres dürftigen Aussehens schelten. Aber nur noch einmal sehen wollte sie die Königin. Keine Minute verging. So erschien diese mit der freundlich blickenden Viola an der Hand im Saal. Sie grüßte alle Kinder und die kleine Marai ebenso liebevoll wie die anderen. Ein Singen und Klingen begann in deren Brust. Nun wollte sie gern gehen und ihr Leben lang an diesen Augenblick gedenken. Sie huschte leise durch den Kinderschwarm durch zur Tür. Viola aber rief ihr nach. Du kleine Blasse dort, wo willst du denn hin? Fort, stammelte Marai erglühnt. Ich kann nicht spinnen. Mutter und Kind sahen sich an und beide lächelten. Nein, bleibe nur, sagte die schöne Fürstin. Wenn du gar nicht spinnen kannst, will ich es dir zeigen. Fort darf keine wieder, die einmal gekommen ist. Sie wies nun jedem der Mädchen ein Spinnrad an und an das letzte setzte sie sich selbst und zeigte der Kleinen, wie man den Faden dreht. Nun versuche es, sagte sie gütig und stellte das Kind so vor sich hin, dass ihr goldiges Haar und ihre Schleierfalten es umwehten. Da begann Marai zu schluchzen vor tiefer, tiefer Scham. Ich kann nicht, ich habe so raue Hände, stieß sie endlich hervor. Die Frau Königin aber sagte mild und ernst, das schadet nichts, spinne nur. Und wenn dein Faden nicht glatt und fein wird, fügte sie leis hinzu, so gräme dich nicht. Auf die Glätte und Feinheit kommt es gar nicht an, sondern auf etwas ganz anderes. Dann empfahl sie den Kindern recht fleißig zu sein und ging hinaus. Das Königstöchterlein rief an der Tür mit hellem Stimmchen freundlich. Auf Wiedersehen. Da saßen sie nun und ließen die Rädchen schnurren und drehten den Faden über die Spule und sprachen kein Wort vor brennendem Eifer. Manche Fäden wurden wirklich silberweiß und seidenfein. Manche verwirrten sich und rissen und manche wurden ungleich und rau. Marais Faden sah am allerschlimmsten aus. Sie hatte beim Zusehen gedacht, sie müsse die Sache gleich begreifen. Aber nun zitterten ihre Finger so sehr und sie waren von der schweren Arbeit zu Hause auch so voll Risse und Narben, so rau, so grob und so steif. Alle Augenblicke stockte ihr Rädchen, riss ihr Garn. Sie musste anknüpfen und wieder versuchen und ehe sie ein paar Ellen Garn fertig gebracht hatte, ging schon die Saaltür auf und umwoben vom hellen Sonnenschein traten die Königin und Viola ein. Nun steht auf und stellt euch neben eure Rädchen. Ich will sehen, was jede gesponnen hat, sagte die Herren. Da standen die guten Spinnerinnen gar stolz und erwartungsvoll neben ihrem Werk. Die Königin setzte sich gleich neben das nächste Rad, dessen Garn seidenhellt schimmerte. Es war das der Kleinen, die auf dem Wege die Nachbarstochter beneidet hatte. Nun war ihr der Faden doch viel besser gelungen als der. Oh weh, kleines Mädchen, sagte die Königin, als sie das Gespinst sah. Was hast du getan? Das sieht arg aus. Neid und Missgunst hast du ja gesponnen. Das möge dir Gott verzeihen. Sie ließ die verdutzte, erschrockene Kleine stehen und ging an das zweite Rad. Und du, sagte sie traurig. Wer hätte dir das angesehen, Kind? Hoffart ist ja dein Gespinst. Lauter Hoffart, das ist ein abscheuliches Garn. Lass sehen, sagte sie zu der Dritten. Ob du's besser hast. Nein, rief sie dann. Schlimmer noch. Hartherzigkeit, das hätte man dem feinen, glatten Faden auch nicht angesehen. Und sie ging weiter von Rat zu Rat und Viola folgte ihr ganz verstummt und verstört. Die Königin wurde immer trauriger. Du hast Eitelkeit gesponnen, sagte sie zu einem hübschen, blondzopfigen Mädchen. Und dann kamen noch viele, deren Gespinst sie tagelte. Bei manchen lächelte sie ein klein wenig freundlicher, aber ganz hell und klar wurde ihr Antlitz nie. Oh Gott, was wird sie nun erst zu meiner Arbeit sagen, die so schlecht, so schmutzig und hässlich ist, dachte Marai mit Zittern und Zagen. Ihr Herz schlug laut vor Angst und als die Königin sich vor ihrem Rade niederließ, stürzte sie ihr in ihrer Herzensnot zu Füßen und rief. Meines ist das Schlechteste. Ich weiß es, ich weiß es und ich schäme mich so sehr. Mit Tränen in den Augen sah sie empor. Aber die Königin sah gar nicht missbilligend auf ihr Gespinst, sondern ein Strahl heller, reiner Freude ging wie ein Sonnenschein über ihr Gesicht. Liebes Kind, sagte sie innig, steh auf und trockne deine Tränen. Was du gesponnen hast, ist ein zarter, reiner, köstlicher Faden, der einzige wirklich schöne Faden auf allen diesen Spulen. Aus Demut und Liebe, aus Edelmut und Herzensgüte ist er zusammengesponnen. Darum glänzt er vor meinen Augen so wunderbar rein. Wisset, Kinder, rief sie und hob die glockenklare Stimme über den ganzen Saal. Nicht auf Geschicklichkeit der Finger kam es bei eurer Arbeit an, sondern auf die Gedanken, die ihr heget vom Augenblicke an, da ihr das Tor der Stadt verließet. Alles, was euch seitdem durch Kopf und Herz ging, sehe ich in euren Fäden. Darum erscheinen mir die glattesten Gespinste so hässlich und fleckig. Nur dieses armen Kindesgarn allein sehe ich dem Mant rein. Blickt einmal auf eure Arbeit, ihr werdet jetzt auch sehen, wie es steht. Und wirklich, wie erschrakten die Kinder, als sie ihre Arbeit jetzt beschauten. Verwirrtes, verknotetes, beschmutztes Garn fast überall. Nur Mareis Faden war völlig glatt, völlig rein und schön. Du bist die Erwählte, sagte die Königin und hob das erschütterte, von freudigem Schreck halb ohnmächtige Kind zu sich empor. Die kleine Viola jubelte. Oh, wie schön, wie schön. Die kleine, zarte, blasse mit dem lieben Gesicht hat mir gleich am besten gefallen. Sie soll nun schön aufblühen, sagte die Königin, und fröhlich werden. Alles, was sie für sich und andere wünscht, wollen wir ihr erfüllen. Fasse dich, Marei. Dein weißes Kleidchen und ein Rosenkranz liegen für dich bereit. Gute Frauen werden dich baden und ankleiden, und dann kommst du mit zu unserem heiteren Mahl. Fortan bleibst du unser Eigen. Viola wird deine Schwester sein, und der König und ich sind deine Eltern. Eine glückselige Zeit bricht für dich an. So war in den Schoß der Ärmsten, aber Herzensreinsten das Wunderbare glücklosgefallen. Die anderen wussten nicht, wie ihnen geschah. Sie wurden auf einer großen Wiese mit guten Dingen bewirtet und zogen dann in stillem Zuge nachdenklich nach Hause. Durch den fliederduftenden Schlossgarten aber wanderten schon an demselben Abend, gefolgt von ihrem weißen Reh, die beiden Schwestern Viola und Marei Hand in Hand in herzlicher, seliger Vertraulichkeit und Liebe.